äh 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 nein nein ja das problem an den dingern ist halt einfach die funktionieren mit dem nutrient distillation da nur stand es da dran da uses nutrient distillation für power deswegen brauchen wir mal kurz ein cent hier ein ende dafür wird auch nicht mal eben so einfach ist in der sonnen sind so blockdetektor nur noch teilweise die teile analysiert oder sie kommen ja 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 wie heißt der teil ich hab keine ahnung ich hab gedacht das wäre so eine maschine äh hm ja entry sensor nein 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 bestimmt nicht blockdetektor kann es auch nicht sein das soll waren du findest die oder ja 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 ich hab keine ahnung wie der teil heißt macht der das entdeckt wie auch immer keine ahnung wie das heißen soll ja 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 ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich würde dann sagen dann weiß ich nicht und dann ist es gut dann ist halt mal so oder die maschine ist deaktiviert kann ja auch sein aber egal wie gesagt ich wollte erstmal von elf tools das system auf und dann irgendwann schauen wir mal wenn ich wenn man auch dann mehr material und so hat es ist jetzt drei stahl da dauerte denn jetzt wieder so lange ja ja und er ja 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 wie Parafine denn jetzt so hat er wir keine da ist da oder pogler das klar ja klar verarschen ist jetzt vielleicht wegen der mauer oder so dass sie so viel spawnt oder was irgendwie wird hochgesetzt worden ich habe keine ahnung die normalen die ganzen holzdinger ich glaube ich hole mir die akazia wenn ich denn meine lambex hätte die schon wieder wo ist meine lambex hin da werden wir jetzt auch wieder verschollen oder was increased gallant enderpearl drops endermen kann teleport once hit der menschen speed wenn powered extra damage power hunderttausende erfunden basic capacitor plus zwei list plus sechs levels und jetzt auf jeden fall das ding schon aufladen wenn ich für die endermen annehmen basic capacitor und sechs level das krieg glaube ich hin kapazitor gold kupfer und und dann fahren wir einlegen eigentlich habe ich gerade lust drauf nein und wer soll die andere frage das ist also jetzt gerade auch noch ein danke machen wir noch ein ein an will an will den tag der mensch wieses gallant enderpern genau import 62 prozent der mensch ab so ich habe wahrscheinlich vielleicht so die 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 gegen stags deal aber sowieso machen weil ich die cool finde das ding ist eine tipp der mensch plus 0,4 text biet ehrlich ja okay da ist nämlich meine endermann schnitzel nach vorne guckt euch an was da rot ist richtig viele mobs irgendwo der drunter ist eine höhle bestimmt ja ist dann halt so so wie sieht der stahl aus sehr gut drei stück wieder das heißt wir haben schon sechs auch zwei von denen von den dingern aber in deutsch manchmal drauf orange ich brauche erst mal das da für euch zwei wie gesagt genau aluminium hier habe ich so das heißt ich brauche zwei stück davon auf jeden fall weil ich muss eine chest haben und ich brauche eine sache war es okay ich brauche eine chest die ich hier habe so dann können wir nämlich das modular storage schon mal machen modular storage das ist das teil was das loch wo ich runter fall ist das was ich mal gesagt haben die werde ich wahrscheinlich hier rein pflanzen oder die dinger das ist das teil genau wo hier der ich brauche vier wackeln ich sage ich muss auf jeden fall farben wieder weil man jetzt noch ausgehen ausgeht jetzt gerade das wird mich ein problem weil ich habe glaube ich keins mehr dann also ich habe nicht mehr so viele dass ich das machen bauen kann wenn der perl gold wird das haben wir alles auch noch zwei davon hier brauchen wir noch einmal einmal das wieder bei einer perlen und das ist das ding jetzt ja das ne das hat route building doch das ist klar so jetzt brauchen wir die x net kabel natürlich die ich wahrscheinlich in die kiste habe auch zwei connector sogar wir müssen einmal dahin in zwei connectoren brauchen wir auch noch nix und für gott haben wir noch irgendwo vielleicht redstone umfliegen wo sie jetzt tatsächlich fahren gehen wir haben keins mehr außer die drei verdammte axt wir haben echt kein redstone ja dann ist das so dass ich jetzt mal kurz haben gehen fahren wir ein bisschen dann ist das jetzt halt so so dann packen wir mal kurz ein bisschen was weg ich habe ja sowieso ein arsch voll sachen bei so ein bisschen was weg tun den brauchen wir so weil ich alles für eine scheiße das geht wieder auf nix alles sowieso in das deutsche system aber bis dahin muss ich da irgendwo hinpacken erstmal zum fahren na kacke so die frage ist gehe ich jetzt ich glaube hier unten weil er die redstone höhe ist hier finde ich glaube ich eher redstone hier unten als im deep dark aber gut einen wunderschönen guten abend wir haben damit den chunks jetzt wohl auch ausgeschaltet ich habe weil er heute kaputt ist gab ja ein update und host vom servos ein herzliches dankeschön einen wunderschönen guten abend an alle ist zwar natürlich jetzt ein bisschen blöd weil ich mach maximal noch eine halbe stunde aber gut das weiß er ja nicht also maximal bis elf werde ich machen also viel länger werde ich nicht machen heute heute eigentlich nur das storage system aufbauen ein bisschen warum das ich doch mal langsam hinkriege na wie geht es dir da gut alles gut da ist zum beispiel jetzt noch ein kummer und welches gefunden zwar nur einen dingen aber ist egal ja und heute wenn sie konnte heute ein bisschen mitterschlaf machen mir geht es eigentlich relativ okay ich bin zwar müde aber also ein bisschen müde aber es geht eigentlich ist es ja nur noch morgen im endeffekt weil übermorgen habe ich freitag habe ich ja nachtschicht das heißt dann kann ich ja sowieso ausschlafen nachtschicht habe da ist jetzt noch ein sehr gutes no das brauche ich no das suche ich doch ich freitag und mittag was eigentlich springen wenigstens hat er hat die jetzt erst schon gelesen divinity dieses dieses neue dort hat das hat gesetzliche kritik das habe ich jetzt gelesen das habe ich jetzt gelesen aus ich das es es auch es es die der blitz irgendwo rum da bin ich jetzt gerade gar nicht hin so was soll es boah die rippe wie ist der denn da der blöde mann boah echt der creeper einfach die füße küssen ehrlich so das flüssige redstone ok na dann doch da wird flüssig ist jetzt von weg warte wie viel ist das denn der wahnsinn man damit gut dann brauche ich da doch nicht unbedingt weil ich habe keine lust hat jetzt einzuschmelzen das ist natürlich recht muss ich ja mal sagen und wird jetzt erst mal reichen weiß ich kann jetzt auf jeden fall mein solches thema aufbauen und ich finde der wirklich geil habe ich ja gerade schon gesagt aber gut dass durch den patch jetzt oder nicht ein update mal eben die ganzen rezepte teuer geworden sind wie sau